Um meine Softwareentwicklungsumgebung zu installieren, gehen Sie auf die Webseite der Veranstaltung. Da werden Sie unter Werkzeuge einen Link finden, der auf diese Webseite hier führt. Softwareentwicklungsumgebung. Und auf dieser Seite kann man dann eben die Entwicklungsumgebung herunterladen. Ja, da ist unter anderem ganz einfach der Link, der hier steht. Die Datei ist, glaube ich, jetzt sogar ein bisschen größer als 1,6 Gigabyte. Das dauert also das Runterladen, abhängig von dem, was Sie da machen. Also relativ einfach zum Beispiel hier kann ich mal dann auf die Form gehen, einen Rechtsklick zu machen. Mach ein Ziel speichern unter. Wir sehen dran, das Ding heißt dann irgendwie so cloicosseu.zip. Und das wird dann eben in den Download-Ordner, den Sie sich selber irgendwo eingestellt haben oder der vorgegeben war, dann ganz einfach reinkopiert. Dann werden Sie einfach auf Speichern gehen. Nachdem der Download abgeschlossen ist, müssen Sie mal gucken, wo Sie es hingepackt haben. Also gehen Sie zum Beispiel hier auf diesen Ordner-Button drauf und dann sehen wir, oh, wir sind in unserem Downloads-Ordner gelandet. Da ist die SEU drin. Die muss eigentlich nur noch ausgepackt werden. Bitte aber nicht hier, sondern suchen Sie sich einen Ordner, in dem garantiert keine Leerzeichen im Namen vorkommen. Achtung, es gibt auch so Ordner-Namen, die unter Windows zwar so angezeigt werden, als ob es normale Namen sind. Allerdings gibt es dann noch was dahinter, was dazu führt, dass die eventuell anders angezeigt werden. Der einfachste Vorschlag ist, nehmen Sie diese SEU und packen Sie sie direkt auf Ihr Stammverzeichnis drauf. Also hier insgesamt auf C drauf, in der Sache, was man dort machen kann. Abhängig davon, wie Ihre Rechner-Einstellungen sind, sehen Sie hier, kann es passieren, dass Sie zum Beispiel aufgefordert werden, mit den Administrator-Berechtigungen das zu machen. Machen Sie es einfach, gute Idee, schubsen Sie es dann dahin und wir sind dann hier eben oben auf dem Laufwerk C, ist es hier bei mir. Ja, und dann kann man eben auf dieser ZIP-Datei recht einfach einen Rechtsklick machen, dann wieder abhängig davon, was Sie auf Ihrem Rechner installiert haben. Ich gehe eigentlich davon aus, dass Sie ein 7-ZIP-Programm haben, dann können Sie einfach hier entpacken machen. Der Ordner, der hier drin steht, der wird schon automatisch erzeugt, also hier entpacken ist okay. Oder man muss eben dann etwas anderes hier oben einfach, dass alle extrahieren wählen. Dann sehen Sie, dann steht hier auch noch was drin, das sieht auch brauchbar aus, was wir dort haben. Und ich nehme mal dieses Programm. Das extrahieren, was jetzt so langsam dann hier beginnt, wird etwas dauern dann. Sie sehen hier, dass bei dem normalen Windows-ZIP-Programm ich da auch in die schöne Variante reinkomme. Hier oben steht keine Rückmeldung und ich dann mein Laufsymbol habe. Das ist unkritisch, weil das dauert ganz einfach, bis das relativ große Verzeichnis gelesen wird. Und dann kann man also auch mit diesem Windows-Programm die Sachen auspacken. Wenn Sie es genau sehen, sehen Sie, dass hier erstmal so ein bisschen analysiert wird. Und dann dauert das Auspacken, abhängig von der Geschwindigkeit Ihres Rechners, durchaus ein bisschen, bis alle Dateien dann da sind. So, jetzt ist schon einiges an Zeit ins Land gegangen. Und Sie sehen, es dauert wirklich beim Auspacken einige Zeit, bis das überhaupt fertig ist. Der Vorschlag ist hier eine Restdauer von 16 Minuten. Wobei ich die Erfahrung habe, dass dieser Wert gerade bei dem Windows-ZIP-Programm nicht wirklich zuverlässig ist. Und das kann durchaus noch ein bisschen länger dauern. Das heißt also, das sind klassischerweise Schritte, die man nebenbei macht, wo man nicht unbedingt vorm Rechner sitzen bleibt und dann wartet, was passiert. So, nach einiger Zeit ist der Ordner ausgepackt. Und wir sehen hier dran, es ist ein Ordner Cloikos SEU entstanden, der im Ordner Cloikos SEU drin ist. Das ist kein großes Drama, aber zeigt, dass ich keine Ahnung von dem Windows-ZIP-Programm habe. Und das kann Ihnen auch passiert sein mit einem anderen ZIP-Programm. Macht aber nichts. Wir können das Ding ja relativ einfach verschieben. Also machen wir hier zum Beispiel einen Rechtsklick drauf und machen das so, dass wir eben das Ding einmal ausschneiden und dann dahin gehen, wo wir eigentlich hinwollten. Dann hier die Sache einmal hineinfügen. Also hier einmal einfügen machen. Dann formen, wie es aussieht. Das dauert relativ kurz und dann ist das Ding da. Wir können nochmal reingehen und dann sieht der Ordner so aus. Also abhängig davon, welche Version Sie haben. Das Wichtigste hier dran ist, alles, was hier oben drin ist an Ordnern, ist zwar vielleicht ganz nett mal zum Angucken, aber bitte gehen Sie nicht rein und starten Sie da Programme aus, dass Sie wissen ganz genau, was Sie machen. Und das wissen Sie nicht unbedingt, weil alle Startinformationen stecken hier unten drin. Deswegen steht hier drin, Programmstart nur mit Standarddateien, mit Startdateien.text. Also nutzen Sie die Batchdateien, die hier stehen, für das jeweilige Programm, was Sie brauchen. Sie brauchen für keine Veranstaltung alle davon, meistens 1, 2, 3 davon interessant. Dafür gibt es unter anderem hier eine PDF-Datei, die, wenn man sich die dann anguckt, eben einfach die Information enthält, was Sie eigentlich dann genau benötigen. Aber der Tipp ist, schmeißen Sie nichts weg, nutzen Sie es ganz einfach, wenn Sie es angucken. Hier steht daneben für die Veranstaltung, welche Programme auf jeden Fall benötigt werden und was man da so hat. In diesem Ordner drin nebenbei stehen auch die Lizenzen der jeweils benutzten Werkzeuge. Wichtig ist nur, die Lizenzen habe ich natürlich nicht verändert und sie ändern sich auch nicht dadurch, dass ich sie nutze. Sie sind alle zum Lernen frei, das heißt also für nicht kommerzielle Sachen garantiert nutzbar. Die Entwicklungsumgebungen sind auch für kommerzielle Sachen nutzbar. Trotzdem, falls Sie was Kommerzielles machen, gucken Sie sich nochmal genauer an. Und als nächstes gilt natürlich auch, ich übernehme null Verantwortung dafür, dass da ja überhaupt irgendwas funktioniert. Also wenn Ihr Rechner irgendwie sich auflöst oder sowas, was dann passiert, nachdem Sie eine Startdatei angeklickt haben. Ja, dann ist es tragisch, aber nicht meine oder die Verantwortung der Hochschule. Falls es natürlich andere, kleinere Probleme gibt, gerne eine E-Mail an mich. Ich werde das gegeben, falls dann irgendwann mal patchen. Und dass es dann eventuell eine Information gibt auf der Installationsseite oder so, wie man einen kleinen Workaround machen kann. Ja, und diese Batch-Dateien darf man sich natürlich mit dem Editor angucken. Das ist auch kein Hexenwerk. Ich habe auch nicht die größte Ahnung von Batch-Dateien, gebe ich dazu. Die könnte man auch noch ein bisschen optimieren, aber ist völlig egal. Das heißt also gerade so, wenn Sie Erstsemester sind, brauchen Sie insbesondere das Blue Jay. Und immer, wenn Sie irgendwas mit Blue Jay machen wollen, klicken Sie einfach hier drauf. Dann Doppelklick und starten dann das. Ja, dann sehen Sie hier dran, dass es da ab und zu noch solche Meldungen gibt, abhängig von Ihren Virenprogrammen und sonstigen Sachen. Nicht ausführen ist irgendwie nicht so nett, dann was man dort macht. Also sollte man dann hier sich das angucken und dann eben hier auf weitere Informationen gehen. Das ist eine Sache, was wir da dort haben. Und dann sehen wir dran, unbekannter Herausgeber. Und da machen wir trotzdem Ausführen. Das gilt für diverse andere Programme auch, wenn Sie sie da starten, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Ja, und das kann ich Ihnen auch nicht generell zeigen, weil das hängt wirklich wieder davon ab, ob Sie dann irgendwie noch einen anderen Virenscanner und sonstiges eingebaut haben. Ja, gucken wir mal an, was macht das denn hier. Ja, und da gibt es sogar noch so eine kleine Werbung mittlerweile. Dann kann man also eine Tonne topfen. Und wir sehen, ah, es funktioniert. Da ist zumindest ein Blue Jay, ob es wirklich funktioniert, müsste man jetzt noch genauer ausprobieren. Diese schwarzen Fenster, die hier nebenbei sind, da sieht man auch drin im Wesentlichen, was in der Batch-Datei gemacht wurde. Also auch alles definitiv kein Hexenwerk. Einfach ignorieren oder klein machen. Bitte nicht schließen. Und wenn Sie es schließen, ist das Programm selber auch weg. Das sollte man bitte dringendst vermeiden, was da so drin steckt. Ja, also kann man dann damit die einzelnen Programme starten und kann sie dann eben schrittweise nutzen. Die Installation nebenbei hätte ich auch auf einem USB-Stick machen können. Der sollte möglichst USB 3.0 sein. Dann sollte es mit den ganzen Entwicklungsumgebungen kein Problem sein, diese zu nutzen in der Form, was man dort hat. Und ja, dann kann man eben da auf dem USB-Stick auch arbeiten. Achtung, die Sachen, die wir hier haben, sind nicht vollständig in Anführungsstrichen portable. Also das, was man unter portabler Software versteht. Bei portabler Software ist es so, dass sie sämtliche Einstellungs- und Konfigurationsdateien auch zum Beispiel mit auf dem USB-Stick oder hier in den Verzeichnissen mit gespeichert werden. Da wir genau die gleiche Installation auch auf dem Hochschulrechner drauf haben, ist das natürlich nicht möglich, weil da Ihre Einstellungen gehören nicht auf den zentralen Rechner oder auf den Rechner drauf, sondern gehören in Ihre eigenen Konfigurationsdateien drin, die eben dann Ihrem Nutzerprofil zugeordnet sind. Deswegen gibt es hier einige Einstellungen, die dann im Nutzerprofil drin sind. Und da muss man dann eben gegebenenfalls, falls man den Rechner wechselt, darauf achten und dann muss man vielleicht auch mal Sachen neu installieren oder eben die Dateien, die man dort hat. Zum Beispiel, wenn man hier auf den Nutzer drauf geht, können wir ja ganz kurz mal machen. Hier beim PC dann eben, ups, dann unter Benutzer. Hier mein Benutzer heißt kreativerweise X. Sehen Sie hier dran, gibt es dann irgendwelche Konfigdateien, die entstehen, abhängig von den Werkzeugen, die Sie haben. Die muss man gegebenenfalls dann sichern. Das könnte hilfreich sein, aber das ist dann letztendlich Ihre Entscheidung, was Sie dann damit da noch machen. Natürlich werden Sie die einzelnen Programme häufiger aufrufen und da ist relativ plump die Idee dazu, dass man eben dann wieder hingeht zu den SEU, die wir dort haben. Und dann haben Sie ja da diese schönen Batchdateien und eben um es etwas kürzer zu machen, kann man eben eine schöne Variante wählen, in der man zum Beispiel einfach die Batchdateien, von denen man weiß, dass man sie braucht, hier zum Beispiel nimmt, zum Beispiel die drei, die ich hier zum Beispiel für das Programmieren im ersten Semester für sinnvoll halte, ziehe die jetzt mit einem Rechtsklick hier rüber und dann kann man eben hier was machen, dann Verknüpfungen hier erstellen. Und dann hat man hier schöne Verknüpfungen und dann kann man eben auch mal auf den Verknüpfungen klicken. Und dann kann man eben dann wieder sehen, dass das Programm auch irgendwann dann brav wieder startet. Geht genauso schnell oder langsam wie vorher auch, ist dann ganz einfach eine einfach etwas kürzere Variante zur Nutzung. Dieses Anlegen der Batchdateien nebenbei geht auf dem Hochschulrechner auch, wird dann eben da alle Einstellungen im lokalen Verzeichnis drin sein, auch auf jedem Rechner drauf sein oder kann auf jedem Rechner genutzt werden, auf dem Sie sich dann einloggen in der Form, was man da machen kann. Ja, das ist also dann die Grundidee. Hier nebenbei nochmal so als Drama, wenn ich hier auf X draufgehe, macht es plupp und dann ist auch mein Blue Jay weg. Ich hatte hier, glaube ich, sogar noch ein altes im Hintergrund, aber das ist eben dann das, was man dort hat. Vielleicht für Leute, die noch ein bisschen spielen wollen, falls Sie mit den Einstellungen, die ich hier habe, irgendwie genauer spielen wollen, braucht man dieses Konsolenprogramm dafür. Also wenn man das hier aufmacht, kriegen wir wieder die traurige Meldung, sagen mal, wir wollen es trotzdem machen, trotzdem ausführen, dann sehen wir es hier drin. Dann haben wir hier ein Fenster und in dem Fenster kann man dann eben alle Befehle auch eintippen, die man sonst so hat. Das heißt, also hier kann man zum Beispiel einen Java-Compiler abfragen, machen wir es mal. Und hier war mal die Version 1303 drauf, die ich irgendwo im Jahr 2020 eben da genutzt habe. Also, falls Sie irgendwas haben wollen und damit weiterspielen wollen, zum Beispiel einen C-Compiler oder irgend sowas, dann ist das alles sowas, was man eben dann über die Konsole macht, dann muss man das explizit hier nutzen. Wenn Sie es weiter nutzen wollten oder noch intensiver, kann man natürlich überlegen, Fahrteinstellungen, die in der Batch-Datei drinstehen, in das Nutzerprofil mit reinzuschreiben, in Ihre Path-Variable. Aber das ist halt schon was für Experten. Und wenn Sie ein Experte sind, wissen Sie das eh und dann brauche ich Ihnen das nicht zu erzählen. Und wenn Sie noch kein Experte sind, gucken Sie es irgendwann mal an. Es ist sicherlich hilfreich, irgendwann sollte man mal wissen, wie immer sein Betriebssystem funktioniert. Aber gerade für Erstsemester reicht das definitiv aus, was wir bis jetzt hier so gesehen haben.